Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixie. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Cuphead. Ja, wird endlich mal wieder Zeit, dachte ich schon mal. Dann fangen wir mal an mit dem Atom, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, ich bekomme mal den diesmal hin. Den Kerl hier. Och du blöde Ente. Ach du, je mehr hoffe ich schon wieder rein. Verdammt. Okay, ich glaube das sollte man noch mal üben. Ei, ei, ei. Wow, bloß nicht. Okay, machen wir den hier und zack. Yes, so läuft das also. Okay, weiß ich Bescheid. Okay, okay. Dann komm mal her, komm mal her. Yes Baby, läuft doch, läuft doch, läuft doch. Sehr gut. Wow, wow, wow. Yeah Baby, weg ist er. Sehr gut. Dann holen wir den hier. Damit wir den auch erwischen. Schön. Warum ich mich darauf ganz achten. Okay, dann müssen wir hier drauf. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das heavy. Ach komm Lorn Leute, ist doch mal gut hier. Mann. Blödes Mistfiel da oben. Komm, machen wir es mal so. Kann ich euch das erwischen damit? Nein, komm ich nicht dran. Okay. Nein, 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 nein. Okay, gut, gut, gut. Ach verdammt. Ah, lief doch besser, auf jeden Fall. Es lief besser. Wir kriegen das noch hin, wir kriegen das noch hin, Leute. Warum bekam Abball an den Kerl? Oh Gott, das war knapp. Das war knapp, die kostet. So, dann zeig mal was du kannst, Junge. Ich habe auch übrigens eine Waffe gewechselt. Ich habe mir jetzt so einen Splitter genommen, so einen. Ach, ihr seht es ja gleich. Ach man, du blöde Ente. Ja, ist klar. Du mich auch, come on. Schau mal die andere Waffe, ich probiere mal aus. Ich glaube, das ist ja besser damit. Ja, könnte besser klappen, wenn ich natürlich darauf ballern würde. Gut, 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 gut. Yes Baby, so läuft das. So ist sehr gut. Gut, das Ding ist weg. Nein. Okay, rum da. So, komm doch, einfach drauf ballern. Komm, komm, komm. Weg mit dir. Komm, hau, sterb doch. Nein. Mit falsche Richtung. Ah man, oh man, oh man. Das war immer sehr geschickt. Ganz schnell. Oh shit, den wollte ich auch gar nicht. Genau aus dem Grund wollte ich das nicht haben. Weg mit der Ente. Ach, come on ey. Mistvieh. So. Nein. 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 Ah, man kann einfach drüber hüpfen. Das geht also auch. Okay. Einfach nur hoch hüpfen. Ah. So geht der also. Ganz easy peasy eigentlich. Oh man, oh man. Ich mach mal voll die Aktion. Oh, das war nice. Das war richtig nice. Weg mit dir. Yeah Baby. Nein. Hau ab. Hau ab. Mit dem blöden Böhmchen da. Ach du. Ja, ist klar. Ist klar. Und ich stelle mich schön durch die Ente durch. Auch nicht schlecht. Okay. Mr. Schrumpfkopf wollte ich gerade sagen. Aber das passt ja nicht wirklich. Mann. Haut ab. Mal. 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 Das sieht richtig gut aus bisher. Mal einen Eintreffer bekommen in der ersten Phase. Das ist ja in Ordnung soweit. Mh. Dieser Zug. Mh. Brink mich um. Der bringt mich echt nur um hier der Zug. Komm runter. So. Jetzt gut alles wegballern hier. So schnell wie möglich. Komm, komm, komm. Oh, man, man, man. Ich wollte es drehen auf die Viecher einfach nur. Gut. Okay. Yes. Nein. Warum bin ich da gestorben? Verdammt nochmal. Mh. 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 Duft. Yeah, baby. Ein sehr schöner Move. Ich habe keine Ahnung, warum ich da keinen Schaden bekommen habe. Oh, es hat geklappt. Das ist die Hauptsache. Oh, weg mit den Viechern wieder. So, das kriegen wir auch hin irgendwie, oder? Yes. Gut, gut, gut. Nein. Mh. Hör! Hör! Och, come on. Ey, verdammt nochmal diese blöde! Hör! Sterb! 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 Endlich! Mh. Also, die Phase hier. Ah, ich glaube ich habe den Tree raus jetzt! Ja, ich glaube, ich hab den Dreh jetzt raus, endlich, wie das funktioniert. Nein, ach du. Ich glaube, ich hab den Dreh raus mittlerweile, wie es funktioniert. Ich muss eigentlich nur darauf achten und dann einfach jumpen, dann geht das eigentlich. Ziemlich easy. Muss nur ein bisschen weh, das ist das einzige gute Arbeit. Steck da mit, yes, super duper, stepp doch einfach, komm, steck doch, Mensch, kannst du dich auf umkippen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Wunderbar, wir haben keinen Treffer bekommen, das ist sehr gut, müssen wir die Viecher weg machen, so, immer ein abwechselnd, wollte ich sagen, aber nicht so, okay, gut, sind wir gut, 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 komm, oh, okay, okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, yeah, baby, der ist weg, der ist weg, sehr gut, Gott sei Dank, was kommt jetzt? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, oh mein Gott! Was bist du? Kommt jetzt auch noch der Zug da, weil ich hab grad im Hintergrund einen Zug gesehen, der kommt auch noch. Sonst, ja, sonst ist alles in Ordnung bei euch, aber ich finde ihn eigentlich einfacher, um diese Phase. Yes! Sehr gut! Verdammt! Ist klar, ist klar! Kannst du nicht mal warten, bis die Phase vorbei ist? So unverschämt! Sehr gut, Untreffer! Das läuft doch super! So weit, so gut! Was auf den jetzt drauf ballern? So schnell wie möglich. Oh Gott, warum kann der Zug jetzt auf einmal schon? Alter, der kann mal echt fix gerade. Woah! Das Ding macht mich echt nervös und kirre! Gut! Nein, 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 nein! Interessant, dass man auch einen Ballon... Ja wunderbar, sehr schön, hab ich jetzt einfach mal mit dem... kaputt gehauen, mit dem Special. Kann man vor und runter bleiben, oder? Kann das sein? Außer natürlich, wenn er zukommt, sehr klar! So, zukommen! Fahr! Ja wunderbar! So! Jetzt kommt die nächste Phase, dieser Depp hier! Okay, da sollte ich besser nicht so weit dicht rangehen! Verdammt! Woah! 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 Das war nice! Gute Arbeit, Rixi! Nein! Mann, 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 du Mist! Was ist das Vieh? Komm her! Komm her! Stieb! Yes! Nein! Was ist das denn? Verdammt! Oh nein! Ich hab grad gesehen, das Gesicht im Hintergrund. Das ist interessant. Weg damit! Oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Das war knapp! Uuh! Weil der ist eigentlich ziemlich easy geworden, wie man hier sieht! Alles schön gekonnt! Ja... Ja!... Okay, sehr gut, wunderbar, sehr schön gemacht, die Phase. Oh, das war knapp. Das war schweineknapp gerade. Komm her, Junge, komm her. Zack und zack. So, hast du mal ein bisschen was abbekommen. Sehr gut. Nein. Oh, was? Soll ich da vorbeikommen, bitteschön? Nein. Wow, das ging mal fix. Ich habe mal einen Zug mit diesen Kugeln hier, die man so... Oh Gott, was mache ich dafür? Mist. Nein. Ich hätte den so locker besiegen können. So knapp. So, komm her, Junge. Jetzt haue ich es wieder genauso weg wie eben. So. Uh. Nein. Ohohohoho. Verdammt, warum bin ich reingehüpft, warum bin ich reingehüpft, verdammt nochmal. Ohohoho. Komm, stirb. Stirb einfach wieder. Genau wie eben, sehr schön. Jetzt haben wir zwei Treffer abbekommen, hast du dich blöd. Jetzt haben wir diese Phase vermischt noch. Verdammte Hacke. So, jetzt schon mal schnell hier runter. Zack, zack, zack. Komm her, komm runter, komm runter. Gut, gut, gut. Den mag ich lieber, den Schuss. Damit habe ich gar kein Problem. So. Ja, come on, ey. Wie soll man das schaffen, verdammt nochmal? Das ist ja echt abnormal. Yes. Nein. Was denn das für ein Betrug? Oh, verdammt. Du Miststiefel. Oh, verdammt nochmal. Das darf nicht echt wahr sein. Ich krieg gleich ein rabbel hier, Leute. Ich krieg gleich echt einen Anfall. Warum bist du blöd grad für den Typen? Kann echt nicht wahr sein, ey? Warum ich mich so blöd da anstelle grade, ey? Ist klar, ist klar. Tschüss. So. Jetzt kommst du dran, Junge? Mit dem hier direkt? Mach doch mal Scha... Och, nööööö! Kann doch wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Perfekt. Nein, warum hüpfe ich hoch? Mann! Ich Idiot. So. Bin mal gespannt, was auf uns zukommt da. Nicht nur ein Leben. Gott, was ist das denn? Achso, okay, okay. Bis jetzt? Oh mein Gott, da hole ich lieber den hier. Da hole ich lieber dich. Uah! Alter, hat der mir einen reingehauen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Rixi. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Yes! So, okay. Gut, gut, gut. Dann hauen wir noch dich rein. So. Mach jetzt hier und dann rüber. So sieht es gut aus. Der schießt einmal gerab... Ne. Nein! 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 Oh! Ich hab gedacht, ich kann nochmal rüber. Verdammt! Und er war fast tot. Wow, was ein Lack. Gerade. Da haben wir eigentlich sehr gute Karten. Bis der Zug wieder kommt. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich! Oh Mann, 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 nur ein Leben, Leute. Nicht gerade viel. Nein! Der blöde Zug, aber ich hab ihn verpasst. Ich hab ihn vergessen. Ich hab ihn vergessen. Ich hab ihn vergessen. Moment mal, ich guck mal gerade was auf der Karte. Hab ich noch genug Kohle, um mir so ein Dash zu kaufen, wo ich unbesiegbar bin beim Dashchen? Weil da verliere ich den meisten Leben von. Wo haben wir den Shop hier nochmal? Da oben war der, ne? Da ist der Shop. Gehen wir mal da hin. Guck mal, hab ich genug Kohle dafür. Willkommen! Genau! Wie haben wir denn? Vier haben wir. Tja, es ist die Frage. Soll ich mir ein weiteres Leben holen? Aber meine Attack Power dann runtergehen. Ne, Smoke Bomb. You wanna take damage during a Dash. Ja, das kaufen wir uns jetzt. So. Hm, das ist natürlich auch super interessant. Dass der Parry automatisch geht, ich gar nicht so drücken muss oder sonst was. Aber, hm. Weiß nicht. Gut, wo wirst du eingelegt? Smoke Bomb. Ja, wunderbar. So, hab ich mich mal geschaut. Was ist jetzt hinbekommen? Ich hoffe es. Das ist ja geil. Das geht wirklich sehr gut sogar. Wuii. Ja, wunderbar. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, ob wir es besser hinbekommen jetzt alles. Das ist natürlich immer noch Schaden. Okay. So. Wir haben zwei Karten, haben wir. Gut. Nochmal zweite Phase. Gucken wir mal, ob wir es hinbekommen. Zack. So. Jetzt brauche ich mich da aber keine Gedanken mehr zu machen. Oh, das läuft ja wie geschmiert hier. Sehr gut. Komm, beeil dich, beeil dich. Ecknet dir. Yes. So. Wir haben fast voll. Das ist auch nice. Nein, warum hüpf ich da ran? Verdammt. Okay, okay. Oh, schnell durch. Ja, wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Gut, gut, gut. Wechseln auf den hier. Der macht mehr Schaden. So. So. Yes. Yes. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt kommt noch der Zug. Da kommt dann der Typ dann. Das ist doch optimal. Und wir haben sogar noch unsere Ulti. Oh, nice, nice, nice. Und zwei Leben. Das könnte was geben, Leute. Das könnte wirklich was geben. So. Dann machen wir den hier noch drauf. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie schnell bist du, Alter? Oh Gott, was bist du denn? Verdammt. Nein, bitte nicht. Nein. Aber es lief wesentlich besser. Habt ihr ja jetzt bemerkt. Cool. Wir sind in der letzten Phase. Haben noch zwei Leben, Leute. Also besser geht's, glaube ich, nicht, oder? Und wir haben sogar noch unser Ulti. Hier haben wir auch noch. Auch geile, 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 geile. Auch geile Sache. Das bekommen wir doch irgendwie hin, Leute, oder? Komm. Einmal den hier. So. Dann den. Dann so. Nein. Ah, verdammt. Gut. Jetzt aber bei euch aufpassen. Was ist das hier? Was passiert jetzt? Wow. Ah, man kann auch... Nein, was da? Die werfen sie nur mit Bällen. Nein. So knapp. Also aus meiner Sicht knapp. Was kriegen wir noch hin heute? Definitiv. Komm. So, Junge. Stopp. Ja, wunderbar. Geht doch. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder auf der Phase. Okay. Zug kommt später. Komm, Beeilung. Oh Mann, wo bleibt der? Haben wir den jetzt mal? Dann macht man auf den ersten Zug, würde ich sagen. Ah, man kann es einfach so machen. Easy peasy. Ta-da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich Idiota. Wo machst du das so umständlich? Bleib doch hier oben. So. Nein, 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 nein. Na, na. Ah, schön, schön, schön. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, Trixi. Komm, Beeilung, Beeilung. Einfach drauf. Yes. Wir haben es. Wir sind zum dritten Mal hier angekommen auf der letzten Phase, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wir hatten eine Aktion. Gott sei Dank. 59 Minuten habe ich dafür benötigt. B. Yes. Sehr schön. Wir haben es eigentlich ständig hinbekommen. Oh, bin ich froh. Danke. Yes. Deine Seele gehört mir. Gott sei Dank. was das fun house okay oh gott da habe ich sehr schlechte erinnerungen also ich habe zumindest gehört dass er ziemlich böse übel enden das ding oh danke schön aber meine münze gefunden ist auch cool was da abgeht okay okay oh mein gott abschießen kann man natürlich nicht die kann man abknallen okay oh gott wie soll das gehen die kann man auch abknallen nein kann man nicht abknallen alter aber ich kann ja durchstechen oder kann ich ja durchstechen so ruhig ist maus einfach mal laufen 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 na super ah das geht wie geil ich kann mich einfach durchschieten die münze will ich haben zack ouch und hier runter wunderbar so was bist du ein feiner aufs august schießen okay machen wir mal du bist also der übeltäter sterb 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 nein nein der ist auch noch gestorben es geht noch weiter oh mein gott oh mein gott wo wir laufen auch mal schnell und hab durch hab noch bitte so und runter jetzt kommt die romische wand den hier machen wir doch nicht nur mal den hier schneller oh gott oh gott aber ab mit dem blöden küsschen nein nein die geräusche die er macht sind echt süß komm sterb man ja wunderbar sehr schön da kommen wir mal runter okay was oh mein gott gut wir waren zwei versuche dann würde ich sagen ist genug für heute weil meine nerven sind auch ein bisschen lädiert ich gebe es ja zu gut gehen wir oben her wenn wir uns nicht haben jetzt bitte das deutsche gemach das ist aufgefallen Seems ich gerade ganz nah, warum man den Special nicht macht. Nein! Oh, nein! Oh, Mann. So, lasst mich mal durch, bitte. Dankeschön, die Münze brauchen wir, auf jeden Fall. So, so, und runter hier. Ja, wunderbar, gut. Müssen wir jetzt den noch irgendwie beseitigen. Nein, was war das denn gerade? Alter! Habe ich gerade versehen, ich zweimal ein Dash gemacht. Das geht also auch. Wusste ich noch gar... Was? Ich will mich noch verarschen, oder? Ach, come on. Ey, Leute, sagen wir, ich bin nicht böse, aber ich habe keine Konzentration mehr. Oh, ja, ansonsten würde ich sagen, müssen wir das noch machen. Haben wir noch sonst was vor uns? Mal kurz gucken. Das müssen wir noch machen. Da ist der Würfel. Haben wir sonst? Ja, und den komischen Drachen. Äh, da habe ich noch richtig Angst vor. Haben wir sonst noch was vor uns? Was ich übersehen habe? Weil ich möchte am liebsten den Drachen so spät wie möglich... Und das wundert mich, dass das hier kein Level ist. Bin ich echt gewundert. Ähm, das haben wir auch. Was ist das? Das ist nix. Okay. Das haben wir. Das haben die auch gemacht. Was ist das? Sehr spooken, bla bla bla. Ja, haben wir auch gemacht. Also, merf mich nicht. Ja, das war's dann scheinbar. Oder ist er hier noch am Boot? Nein. Okay, dann müssen wir also am nächsten Mal diesen Run und Fun machen, oder wie das hieß. Run and Gun, genau. Und der Drachen kommt dann. Oh Mann, ich habe echt Angst davor. Naja, wenn es euch so weit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo, ein Like. Ich würde mich super drauf freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge bei Euer Tricks E. Ciao, ciao. Ciao.